Wo ist denn Snobs schon wieder? Das ist doch jetzt egal. Hilf mir lieber. Und, sind sie da? Ja, es ist alles da. Und ich meine wirklich alles. Sollten wir die Setzlinge nicht hier lassen? Wieso denn? Hilf mir runter. Weil das beweist, dass sie die gestohlen haben. Genau wie die Vogelscheuche. Wir hätten nichts anrühren dürfen. Das hier beweist, dass sie dich reingelegt haben. Was? Ich würde sowieso nicht mit einem Peril und seinem Hund auf der Bühne stehen wollen. Na, so weit kommt schon. Wie soll das beweisen, dass die mich reingelegt haben? Was ist denn hier los? Ihr seid da drin gewesen. Jetzt klaut mir einfach. Bring es in die Schule. Was hast du geklaut? Überleg doch mal. Wir zwei beide sind für eine ganze Woche zusammen. Da graut mir jetzt schon vor. Denk doch nur. Romeo und Julia müssen sich küssen. Wir küssen garantiert nicht. Sobald Mrs. Church wieder da ist, werde ich es ihr sagen. Kein Küssen. Was ist, wenn sie sagt, wir müssen? Wir üben schon mal, ja? Hör auf damit! Oder ich hau dir eine. Willst du wissen, wie lang deine Zunge ist? Möss mal meine. Igitt! Ist ja gut. Na gut, das hier ist zwar kein Giftfläschchen, aber es muss reichen. Mrs. Church, kann Julia bitte das Gift nehmen und sterben, bevor sie diesen Kerl küssen muss? Mrs. Church? Meine Zunge ist vier Zentimeter lang. Das ist wirklich sehr interessant, mein Lieber. Wieso die Eile? Pia sagt, das hier beweist, dass sie mich mit der Vogelscheuche reingelegt haben. Aber natürlich, komm, das zeigen wir Mrs. Church und Mr. Alexander. Wie soll das gehen? Ich verstehe nicht. Gebt das zurück! Los, die müssen wir kriegen! Stehenbleiben! Halt! Entschuldigung, Sir. Na gut, das ist die absolut letzte Warnung. Habt ihr verstanden? Ja, Sir. Siehst du, das ist der Beweis. Sam hat seinen Heftumschlag rausgerissen. Wie blöd bist du eigentlich? Ich wollte keine Seiten verschwinden. Mom sagt, ich verbrauche zu viel Papier. Ich glaube es nicht. Wir holen uns das Schild. Bleib stehen! Du hast dich verrechnet. Meine Mutter hat gesagt, sie nimmt mich aus dem Stück raus, wenn ein Feral dabei ist. Du hast dich verrechnet. Erst warst du ganz wild darauf, bei diesem Theaterstück mitzumachen und jetzt machst du einen Rückzieher. Snobbs, was machst du denn hier? Wir spielen beide in dem Stück. Verräter! Aber ich habe noch eine Chance mitzumachen. Wir können nämlich beweisen, dass ich mit der Vogelscheuche reingelegt wurde. Schnell! Die haben den Beweis, dass wir sie gelingt haben. Wenn das rauskommt, gibt es Ärger. Hey, ich wollte erst dir einen Star machen, Verräter! Augenblick, Sir! Ich kann jetzt meine Unschuld beweisen. Stopp! Und stehen bleiben! Hat mir denn niemand zugehört, als ich euch zum allerletzten Mal verwarnt hatte? Stopp! Das hier ist genau der Grund, warum ihr auf dem Schulgelände nicht herumrennen sollt. Ihr achtet nicht drauf, wo ihr hintetet. Ich hatte euch gewarnt. Wenn ihr euch nicht verantwortungsbewusst verhalten könnt, dann werden jetzt andere Seiten aufgezogen. Ihr werdet alle in der nächsten Woche nachsitzen müssen. Mr. Alexander, unter diesen Umständen wird es wirklich schwierig, das Stück zu erarbeiten. Spike und Brooke haben beide Hauptrollen und es sind die einzigen Kinder, die überhaupt für das Stück in Frage kommen. Das tut mir ja wirklich leid, Mrs. Church. Aber ich fürchte, die sechste Klasse wird in diesem Jahr nicht an dem Theaterwettbewerb teilnehmen können. Ausgenommen, Pia und Carla werden alle in der nächsten Woche nachsitzen. Geschieht dir recht. Du wolltest doch nur damit spielen, um Brooke zu ärgern. Ja, aber du musst genauso nachsitzen. Was soll's? Ich hätte sowieso nachsitzen müssen, und zwar wegen der Vogelscheuche, obwohl ich's gar nicht gewesen bin. Schlimm genug, dass diese Leute in unserer Stadt sind, aber dass ihre Kinder unsere sechste Klasse vertreten, das geht zu weit. Ich meine, es werden doch nicht nur Bewohner von Eden Beach zu diesem Theaterstück kommen, und dann wäre es doch sehr schade, wenn... Ich kann Sie da beruhigen, Mrs. Oakley. Es wird mit Sicherheit kein Feral-Junge in dem Stück mitspielen. Ich freue mich sehr, dass Sie den Standpunkt der Eltern verstehen. Ich bin sehr froh, dass wir das Stück nun doch noch aufführen können. Also, die Hunderolle wird gestrichen, und die einzige Frage ist jetzt, wer von euch beiden ist bereit, die Rolle des Jungen zu übernehmen? Was, ein Jungen?